Iram Ido Iram Ido Iram Ido Was machst du hier drin? Iram Ido Was sagt sie? Spricht sie rückwärts? Bloody Mary Sagt sie Bloody Mary? Schätzchen, was hat dich letzte Nacht geweckt? Mein Freund Dein Freund? Hi! Wir haben hier gewohnt? Unsere Tochter redet also mit einem Geist Ein Leuten sein, die früher hier gewohnt haben Das ist cool, die gehört jetzt uns Diese Kamera nimmt Dinge auf, die von keiner anderen Kamera gesehen werden Ich hab von übernatürlicher Fotografie gehört, aber noch nie sowas gesehen Wie, Schätzchen, wieso bist du wach? Leela steht mitten in der Nacht auf und spielt mit etwas, das nur sie und die Kamera sehen können Er will mich wegbringen Wer will dich wegbringen? Tobi Was wäre, wenn jemand all das inszeniert hat, damit wir hier einziehen? Ich hab heute die Agentur angerufen, sie hat da nie gearbeitet, laut deren Unterlagen Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist Ich glaube, sie ist Teil einer Prophezeiung Maria? Sie wird ein ganz besonderes Baby kriegen Was passiert, was hier für sie ist? Vielleicht, vielleicht will Tobi Leela da hinbringen Leela, komm und spiel mit mir Ich bin mit mir, es geht bei 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 mir und wie wenn es i ist es das ist es die Steine der Wasser zu verraten wird, es geht bei mir und wie wenn es mal wieder etwas 好 ist? Untertitelung des ZDF, 2020